Unseren vierten Tauchgang, der zweite am heutigen Tag, machen wir unterhalb des Klosters von Palio Castuzza. Dies ist hier oberhalb des Bootes zu erkennen. Gegen halb zwei gehen wir ins Wasser. Unsere Mittaucher warten bereits am Anker. Es sieht so aus, als wäre dieses Loch bewohnt. Leider kann ich den Bewohner aber nicht finden. Lösch da der Ausgang. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Jetzt tauchen wir wieder in eine Spalte. Dies führt durch einen Torboden. Dort habe ich diesen Bad Feuerborstenwurm filmen können. Und hier noch ein paar weitere. Vorbei geht es an diesen Zweibandprassen. Jetzt wollen wir in eine Höhle. Am Eingang liegt ein Drachenkopf. Im Inneren finden wir diesen Gabeldorsch und tausende Glasgarnelen. Der Gabeldorsch nutzt das unerwartete Licht für Jagd. Der Gabeldorsch. Der Gabeldorsch. Der Gabeldorsch. Der Gabeldesch. Hier eine Langusta. Untertitelung des ZDF, 2020 Dann wird es wieder Zeit, die Höhle zu verlassen. Die Luftblasen aus der Höhle drängen durch den Borösenfels nach oben. Untertitelung des ZDF, 2020 Weiter geht es durch diesen engen Durchbruch. Mit Kamera und Tauchflasche ist das nicht ganz so einfach. Licht am Ende des Tunnels. Untertitelung des ZDF, 2020 Bevor wir zum Ende unseres Tauchgangs kommen, noch ein kleinerer Durchbruch. Da ist ja unser Tauchboot. Noch der normale Sicherheitsstopp und dann ist dieser Tauchgang zu Ende. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020